Okay, wieso stehst du dort? Weil ich etwas suche. Was suchst du? Meine Schwester. Ist sie älter? Ist sie junger? Sie ist älter als ich. Du bist 18. Okay. Wieso suchst du deine Schwester? Weil ich muss ihr, also ich habe das Gefühl, ich muss ihr etwas erzählen. Was wolltest du ihr erzählen? Schau mal, wie heißt du dort? Magdalena. Okay. Wieso suchst du deine Schwester? Was wolltest du ihr sagen? Was wolltest du ihr erzählen? Dass ihr Mann mit einer anderen Frau rausgezogen ist. Weil ich es sehr gut verabschiede. Daher ist eine Schaffung. Die Schaffung ist es sicher. Ich bin einfach nicht.